Das ist die Hochschule für Musik Karlsruhe. Und hier drin ist auch das Institut für Musikjournalismus. So sehen unsere Seminarräume aus. Aber nur trockene Theorie und Bücher wälzen? Bei uns nicht. Hier heißt es nämlich aktiv werden. Wir haben Fotokurse, Kameraseminare, Instrumentalunterricht, Phonetik und Interviewtraining. Egal welches Thema, wir sind live dabei. Und damit Top-Beiträge entstehen, haben wir auch noch viele andere Seminare. Medienethik, Rundfunkrecht, Audio-Technik, Programmmanagement, Nachrichten, Internetjournalismus, Moderationsästhetik, Sprechersion, Medienmatik, Faktor-Training, Musilwirtschaft, Zulungkunde, Offenbarung, Bewerbungstraining, Bewerbungstraining, Bühnenmoderation. Und hier in unseren Produktionsräumen wird recherchiert, getextet und geschnitten. Gibt es mal Fragen, ist sofort ein cooler Dozent zur Stelle. Und der weiß, wie es geht. Denn unsere Dozenten kommen alle aus der freien Wildbahn. Und das alles machen wir, um erfolgreiche Musikjournalisten zu werden. Und das alles machen wir, um boxen zu werden. Und das muscular ist ja nur Leute, Aber das организiertrone. Und das Handy Lum egal. Vielen Dank.